ja servus und hello again jetzt wieder der martin wir zocken den football manager 21 unsere fc augsburg story es ist die achte folge und wer die anderen teile gesehen hat wovon ich davon ausgehe dass ihr die ganzen 5000 zuschauer die folgen gesehen haben wir sind etwas unglücklich wenn wir es mal so in die saison gestartet denn wir haben alles verloren alles verkackt 0 punkte 0 zu 7 das letzte spiel gegen dortmund das auch noch zu hause der vorstand hat mir immer noch nur eine 3 gegeben was mich selbst überrascht jetzt will man gegen bayern leverkusen ran und leverkusen ist in der tabelle jetzt gerade gesehen ist sota haben wir natürlich als alter taktik fuchs haben wir jetzt unser system geändert wir spielen jetzt ein tikitaka 4231 breit kontrolliert was ich nicht erfunden habe das habe ich irgendwann mal behauptet denn ich habe es irgendwo runtergeladen und funktioniert mit dem msv duisburg in dem world league fall recht gut das muss natürlich nicht bedeuten dass es bei leverkusen oder gegen leverkusen jetzt funktioniert muss man schauen was man die pressekonferenz ok jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren eine gute vorbereitung ist heutzutage alles ich denke ich bin gut vorbereitet werden sie in diesem spiel eher beton anrühren und mit einer defensiven einstellung spielen wer beabsichtigen tore zu erzielen kevin dann so hat sehr gut gespielt wir sehen auf lange sicht seine entwicklung erblah meintral ist mal zu lang diese presse links bums pressekonferenzen die brauche ich nicht also dort und bayern das spiel der spiele am freitag und was war das andere noch das zweite spiel war ich habe es gar nicht gesehen war dort und bayern 2 zu 2 haaland und sancho lewandowski und douglas costa hoffenheim fliegt freiburg 2 zu 0 unser gegner nach dem leverkusen spiel ist der union berlin und die haben jetzt einen punkt also wenn die vielleicht auch ein bisschen unglücklich verlieren heute dann könnte es schon das endspiel werden und platz 17 aufteilung technisch mei es war natürlich jeder schlecht also wirklich mit abstand jeder war schlecht in den letzten spielen das heißt wir werden jetzt da nichts großer jensen ist wieder fit die kippe 666 vielleicht mal strobel dass wir mal bringen strobel 650 in der liga 630 also auch grottig eigentlich saren renn batze war ganz gut für richter richter auch katastrophal gut eintritt also saren renn batze im rechten mittelfeld jensen im zentralen kritik also da lassen wir jetzt mal den strobel spielen und kinder so gut 672 673 immerhin ja schon zwei tore gemacht haben jetzt auch mal da moravec petersen framberger taktik meeting also leverkusen gegen augsburg mainz gegen kölle karnevalsduell union berlin gegen wolfsburg und stuttgart gegen erda ja hier spielt leverkusen raddecki das schauen wir uns dann in der taktik an also leverkusen mit einem 4-1-2-3 oder immer schwer zu sagen alles gewonnen die letzten wochen und wir quasi mit einem ähnlichen system wobei unsere offensiven außenspieler etwas defensiver als bei leverkusen agieren er die tabelle wir sind also erster von hinten habe er ein gutes gefühl immerhin haben wir schon 10 minuten überstanden google f schon gelb gesehen jetzt jensen mit den kräften jetzt schon am ende wendell mit dem einwurf amiri amiri jetzt noch mal jetzt noch mal schauen naja 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 ok könnte sein dass es vielleicht doch nicht abseits war damit laufen wir schon wieder dem rückstand hinterher wir werden jetzt doch wechseln mit der halbzeit halbzeit naja äußerst besorgniserregend die teuerbestes wir wechseln jetzt noch nicht werden dann aber ich schätze in der 60 minuten wir sehen von bugerson ist bei den kräften schon relativ am ende amiri und gubilev wieder da leipolder ist noch weg zugegangen oh wargas dazwischen aber sie bleibt mit dem ballbesitz viabi jetzt gibt der 11 oder kaliguri videobeweis oder aber für mich sah es auch wie ein elfer aus wie kann man auch wieder so saublöd hingehen kaliguri weißt halbmeter gegeben war dann grüß charles und er schießt daneben also gut er schießt daneben so wollte ich sagen ausgleich in die gerechtlichkeit es gibt halt doch ein Jesus da oben der sich denkt ich kann den Augsburger nicht noch ein niederlage oder eine eine elfmeter äh reinhauen lassen gubilev wieder dazwischen das krägerl kämpft aber umsonst jetzt weiter der wall aber auch da ist nix jetzt ist er drin wo sah Diaby das 2 zu 0 in der 63. Minute okay diesmal sah Kaliguri nicht so toll aus hat er auch genau gepasst richtig losgelaufen Kikiewicz kann da nix mehr machen so dann Wendell also wir sind eigentlich nur in der Defensive Kittierer schickt genau in die Beine oh Leibold hau den Ball weg Entschuld Entschuld so dann Wechsel Orgie Leibold Linksverteidiger für ihn kommt Gummi für Fynn Bogason kommt Niederling ob die noch viel verreißen ist jetzt natürlich die Frage 44% Ballbesitz zu 56% Bailey dann nochmal Schick wieder mit der Chance aber Bailey so die Leistung war katastrophal wir sind auch kaum rausgekommen wobei wir haben immerhin nicht 7-0 verloren man muss sich an diesen kleinen Sachen hochziehen wir bleiben letzter sollte ich aber noch wissen wie Union Berlin gespielt hat Spiel Nummer 5 in Serie Spiel Nummer 5 in Serie Union Berlin im Moment 17er und Stuttgart 14er die nächsten Gegner das ist die englische Woche also Leverkusen schreibt uns 2-0 Mainz Köln 2-2 Union Berlin auch gewinnt gegen Wolfsburg mit 2-1 Stuttgart gewinnt auch gegen Hertha 2-1 Ohne Sieg damit noch Bielefeld und Eintracht Frankfurt die werden wir schon jetzt gegeneinander spielen oder? Doch ja Bielefeld gegen Frankfurt was schauen wir uns noch an Union Berlin Union Berlin Karius im Tor also Schlotterbeck noch mit Trimmel Giesem im Bild Kind in Handrich Kruse und Herr Kruse ist er schon auch nicht ein spielstarker Mann ich mag Union Berlin also finde die Mannschaft sympathisch wenn ich nicht schon 15 andere Safe Games hätte könnte ich mir vorstellen mal mit Union Berlin zu spielen vielleicht nächstes Jahr mal so also wo waren wir jetzt äh drei Mannschaften noch ohne Sieg Frankfurt Bielefeld und Augsburg ja das war Teil Nummer 8 leider müssen wir immer noch auf den Erfolg warten aber der wird kommen ich bin zuversichtlich das war's es ist schon spät mit der Nacht gerade vorbei schaut mal vorbei auf dem Kanal und kommt wieder ich würde mich sehr freuen Servus und bis bald Ciao Abonnieren ja ja ja